hallo und herzlich willkommen zurück zu subnautica below zero wo waren wir eigentlich stehen geblieben ich hab noch ein fisch dabei super wir brauchten jede menge material das könnten wir jetzt heute ja mal machen und geht's da hoch um die module zu bauen süden wo das ostens ich will nicht hier rein komm jetzt spiel ich habe mich da nur gedreht dann fahren wir zuerst raus waren dann nach süden wir brauchen lizium wir brauchen blei silber das brauchen wir noch alles weiß es gar nicht mehr das war ja da hinten da an dem anlegerstation delta links bums also heute hatte ich echt spiel gestartet waren nur noch spielstände drin von vor einer woche das war seltsam musste ich erst mein system zurücksetzen also das war nicht lustig absolut gar nicht lustig dann sammeln wir mal luft haben wir ja genug glaube ich haben wir hier schon gesucht stimmt oder hier ist nichts mehr gar nichts mehr hier so aber das so kupfer brauchen wir ja auch genau dann können wir das auch mitnehmen dann folgen wir jetzt mal diesen graben hier was zu finden gibt so tschüss hast du jetzt davon ist er tot ist er wohl perfekt einfach nur gerammt muss ab und zu mal sein ist denn hier unten haben wir hier schon hier waren wir ja noch gar nicht oder was denn schönes du und dein body ok was haben wir denn hier noch schönes kreaturen ein kreaturenei ein sammle ich alles später ein material nur nicht ablenken lassen hier luft besondere sachen gibt es ja auch nicht auch blei hier so das könnte blei sein es ist natürlich kein blei da ist noch mal blei drin aber hier nicht bleibt silber nochmal silber oder blei oder titan so nochmals silber genau hier blei kommt ja blei sehr schön nochmal blei ok jetzt haben wir zwei blei er braucht und insgesamt sechs blei für die beiden dinge hier ist noch was auch kein blei und jetzt blei soviel titan die toten fisch ist irgendwann jetzt will er wieder mit uns reden er ist nur am meckern es ist Tja. Dann soll er halt meckern. Oh. Sehe ich hier vielleicht Lithium. Ne, aber Silber. Hat so schön geglänzt. Hätte Lithium sein können. Hätte. Hätte, hätte Fahrradkette. Ähm. Ja. Ne, jetzt sind wir ja wieder zurück. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen erkunden. Blei. Nein. Auch kein Blei, aber das hier ist Lithium. Lithium. Brauchen wir nämlich auch um. Oh. Jetzt kommt der wieder. Oder vielmehr ein anderer. Wo ist er? Fahr dich um. Fahr dich kaputt. Bauer Körperlager. 1100 Meter. Okay. Äh. Ja. Ja. Ja, nicht übel. Aber. Waren wir hier nicht? Hm. Waren wir hier denn nicht? Hier so rechts rüber. Nö. Offenbar nicht. Silber. Doch natürlich waren wir hier. Ach, Mann. Das Zeichen hat mich verwirrt. Okay, dann. Dann eben nicht. Was ist das denn? Waren wir da nicht? Ah, Gold. Gold! Oder auch nicht. Mann! Au. Der Bauer Körperlager. Okay. Hier ist aber irgendwie... ...nix mehr. Außer Lithium. Was wir hier brauchen. Hm. 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 Sonst noch irgendwas? Ah, das ist Silber. Silber brauchen wir gerade nicht. Blei wäre wichtig. Wird schon wieder dunkel. Gold. Bling plong. Ja, bling plong ist immer Gold. So. Weiter in die Richtung. Wie sieht's denn aus? Hm. Vielleicht mal... Hä hä hä. Essen hab ich nicht. Mal trinken könnte ich. Hm. Bauer Körperlager. Oh, hier irgendwo unten. Hier irgendwo hier runter. Aber wo? Wollten wir nicht dahin? Wollten wir nicht dahin? Da hab ich mich wieder verschwommen. Da hab ich mich wieder verschwommen. Vertaucht hab ich mich. Hier irgendwo runter? Nee. So, wir fahren jetzt direkt darüber. Und dann gucken wir nach unten. War das Blei? Ja. Nö. Aha. Ja, okay. Jetzt sind wir wieder hier, oder? Ja. Können wir denn da rüberfahren? Ja, kann man schon. Die Frage ist, wo ist dieses Ding? Das sind noch 300 Meter. Das ist schon ne... Das ist schon ne Ecke, ne? Oh. Oh. Okay. Da können wir wohl schlecht runter. Mal hier irgendwo runter. Da so vielleicht. Eventuell. Hm. Auch Lava, ne? Aber wer ist das? Das ist dumm. Ich will nicht auf die Lava gehen. Aber es muss ja einen Eingang geben. Irgendwo wird es hier einen Eingang geben. So. Das wäre da. Wollen wir mal. Dass hier irgendwo einen Eingang gibt. Äh. Junge. Junge, Junge. Da so. Nee. Auch nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Mann. Mann. Das muss doch irgendwo den Eingang geben. Hier ne Höhle? Äh. Ja. Hier ist ne Höhle. Eh. Komm ich da durch? Arsch. Schlecht. Nein. Nein, 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 nein. Da kracht's und rumpelt's auch schon wieder. Hm. Ja. Äh. Ja, da hab ich keinen Plan. Wo bin ich denn eigentlich? Kann ich mal die Map aufmachen? Karte. Hier. Hm. Ähm. Ja, das seh ich ja gar nicht, ne? Hier auf der Karte. Hm. Das ist schlecht. Und M drücken, geht hier nicht. Ne. Wenn ich aussteige, dann M drücken. Hä? Moment. Tastatur. Springen, PDA, Dinge verlassen, rechte Hand, zurückblättern, Foto machen, nachlaufen, nach oben bewegen, nach unten bewegen, nach links bewegen, automatisch bewegen. Nö. 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 Gibt keine Karte. Naja. Was hier nicht so dunkel wäre. Also diese Erbauer-Artefakte sind wohl schwerer zu finden. Ja, das ist Silber. Wir brauchen Blei. Ja. Alles klar. Da werde ich auch gerade jetzt mal reinfahren, ne? Stimmt nicht. Gold. Was ist hin? Natürlich war es auch kein Gold. Hier ist noch mehr Gold. Ja, dann. Auf, auf und davon. Inventar. Oh. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht mehr so viel sammeln. Oh, hier geht's tief runter. Und da ist was. Da ist was, Leute. Ich hab was gefunden. Und da geht's zum Erbauer-Artefakt. Ja, wie geil ist das denn? Hm. Dann gehen wir hier mal gucken. Ah, da ist es. Na, 200 Meter, das sollten wir doch schaffen, oder? Ach, bei der Luft. Die ich da gar kein Problem mit. Ah. Da auch schon mal nicht lang. Ah. Aha. Ne. 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 Ne, 800 Meter war es nicht. Nein, auch nicht. 100 Meter. Da lang. Die 80 Meter. Gleich mitnehmen. Da kommt's. Da kommt es. Das Erbauer-Artefakt. Guck mal hier. Ja, Mann. Kann man ja mal machen, ne? Das Erbauer-Artefakt, die du gefunden hast, contains traces of information, suggesting, was von meinen Menschen geworden ist. Okay. Das haben wir schon gescannt. Ricyclion. Aha. Ich hab ihn noch nie gescannt. Wieder raus. Neuer sonst nix. Kann ich dich scannen? Nö. Kann ich nicht. Äh, Luft. Er ist so ein böses Tier. Aber hier gibt's Diamanten. Das müssen wir uns merken. Okay. Was haben wir hier Schönes? Noch so ein Tier. Äh. Ja. Ah ja. Hier. Ist da was drin? Krebssprung-Triebwerk. Das kann ich scannen? Danke. Vielen Dank. Vollidiot. Krebs. Krebs. Und jetzt Luft. Aber schnell. So. Aber sonst... Gab's ja sonst noch irgendwo was. Irgendwas zum Öffnen. Vielleicht. Ne. Ich brauch Luft. Ich brauch Luft. Ich brauch Luft. Ich muss raus. Jetzt bin ich gleich hier. Mause tot. Hier noch Luft. Hallo Luft. Ne. Aber hier gäbe's noch was zum Scannen, oder? Hier ist noch Luft. Was heißt dieses Ding hier eigentlich? Mine. Ist das eine Mine? Zuerst Luft tanken. Dann weiter gucken. Das Gefährt hier könnte auch ein Tick schneller sein, ne? Ah, da ist unsere Seebahn. Gab's hier auch Luft? Tatsache. Ah, wir holen uns die volle Dröhnung Luft. Zack. Okay. So. Dann war's das für heute. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt ne, äh, ne Sendung oder, äh, ne Serie, ne, wie heißt's, ne Folge zusammengekriegt hab nach dem ganzen Stress heute. Äh, äh, also, okay, dann ist das die für heute und morgen geht's dann weiter hier in dem Minenschacht, oder was das ist. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, tschüss. Tschüss. Tschüss.